Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. YouTuberin Lena. Was macht ihr da? Beobachten. Und jetzt? Immer noch. Und jetzt? Was ist denn los? Wir sind ein bisschen gelangweilt. Können wir nicht was anderes machen? Ich hab's. Wieso sehen wir nicht nach, was im Talus ist? Wow. Was ist das? Cammy sieht sich gerade ein Buch an. Und da. Lucy schickt gerade ihre Spielsachen. Lass mich auch mal, lass mich auch mal sehen. Da ist Lady. Farbige Schleimbälle. Ich liebe sie. Das sieht nach viel Spaß aus. Warum gehen wir nicht runter zu ihnen? Ja. Silt. Lena. Kannst du uns vielleicht zeigen, wie man Dinge hier so macht? Äh, du meinst hier? Ja. Wie man Dinge einfach so bewegt. Und wie man leckere Schleimbälle macht. Und wie man mit Büchern und Worten spielt. Ähm, das würde ich wirklich gern. Aber, aber ich muss jetzt leider los. Ich muss noch Kekse im Ofen backen. Du backst die Kekse im Ofen? Du meinst ohne Magie? Zeigst du's uns? Wieso nicht? Ich weiß immer ganz genau, wie man alles machen kann. Ihr sprecht hier mit Lena, der berühmtesten Influencerin im Tal und darüber hinaus. Ihr könnt alles, was ich mache, auf meinem Kanal Lenas Sachen sehen. Und alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr in meinen Videos lernen. Ich habe unzählige Follower. Follower? Aber niemand läuft ihr hinterher. Wartet mal. Sie sagt etwas von einem Kanal. Vielleicht sollten wir das Ding mal ins Wasser lassen? Hey! Seht nur, das Ding schwimmt wie eine kleine Ente. Äh, uff. Es sieht so aus, als wäre es keine gute Idee gewesen. Wartet mal. Ihr versteht das nicht. Ich wette, das funktioniert wie eine Kiste voller Buchstaben. Hm, hm, hm. Hör auf, sonst geht's mal kaputt. Hm, hm. Vielleicht ist das so ein Ding, womit man mit dem Ball spielen kann. Äh. Oh. Ah. Das Ding beißt. Oh. Lena, 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 Lena. Oh mein Gott. Lena ist jetzt in diesem Ding da drin gefangen. Komm sofort da raus, Lena. Komm schnell wieder raus. Wartet mal. Lena zeigt uns, wie man tanzt. Hey, sieh mal. Hallo Freunde. Willkommen auf Lenas Kanal. Heute werden wir uns mit diesem lustigen Buch beschäftigen und mit diesem Schleim. Ich will die Schleimbälle. Und ich die Kiste mit Wörtern. Lass mich mal. Nein, ich will. Oh. Wo ist sie hin? Sie muss da noch drin sein. Lena, bist du da? Ja, ich bin hier. Was macht ihr da mit dem Gerät? Wo sind meine ganzen Videos? Habt ihr die etwa gelöscht? Es tut uns aufrichtig leid. Aber mein Kanal, meine Follower. Ich bin doch Influencerin. Ich weiß. Aber wir können alle zusammen neue Videos machen und deinen Kanal wiederherstellen. Aber du musst uns dabei zeigen, was es heißt, eine Influ-flu-benze. Okay. Und Action. Nicht so. Greift es mit der anderen Hand. Ich hätte dich fast mit dem gefrorenen Schleimball getroffen. Hier kommt ein Feuerschleimball. Gefrorener Schleimball. Feuerschleimball. Also, wir üben jetzt. So wird's gemacht. Und jetzt seid ihr dran. Und Action. Uuuh, endlich. Fass mich nicht an. Mein nasser Finger freut sich auf dich. Ich schaffe mich es niemals berühmt zu werden. Ich habe nämlich keine Follower mehr. Das ist eure Schuld. Hey, was ist denn eigentlich an diesen Followern so besonders? Du brauchst keine Millionen Freunde auf deinem Kanal. Du hast doch uns. Was willst du denn noch mehr? Follower? Na bitte, dann hast du jetzt welche. Wir folgen Lena. Du hast recht. Ich habe die besten Freude, die man sich wünschen kann. Genau hier. FANTASY 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 TEAMER Ja, 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 ja. Juhu. Los, freut Lena. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Vielen Dank.